Wir sind wieder zurück zu Sparks, Helle, mit Flash! Ja! Dem Seemann-Flash! Und dem, 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 dem Centus! Dem Jesus-Flash! Ne, du bist nur Centus! Noch hier unten in der Hölle! EISKALT! Lässt du meine Seele frähen! Hölle, Hölle, Hölle! Irgendwie so, ne? Hölle, Hölle, Hölle! Ja, genau, das! Magma-Slime, komm doch hier, komm doch hier! Nein, Boot, 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 Boot! Wohin helfst du? Bist du behindert? Kann man das Boot nicht einfach so zerstören? Mann, ist das viel dumm! Kann man dich nicht einfach so zerstören? Nein! Ne? Ach so! Ey, wo ist jetzt mein Boot hin? Scheiße! Da ist es! Da ist es! Ich hab noch drei Luftblasen, zwei Luftblasen, eine Luftblase! Ich krieg Schaden, nicht! Hohohohoho! Boah! Diese scheiß Magma-Slimes, ne? Sind gut! Ja, scheiße selten! Und wenn du die findest, dann hüpfen die in der Lava rum! Die laufen ja sowieso nur in eine Richtung! Außer wenn du so schlägst! Aber wieso laufen die nur in eine Richtung? Keine Ahnung! Deswegen, die meisten Magma-Slimes sind in Lava drin! Okay! Weiß gar nicht, wer das schon mal gesagt hat! Ist er behindee? Hat das nicht Spurgar Sparks auch gesagt? Aber ich kann nicht mal schlafen! Wieso habe ich ja gesehen? Ist er behindee? Bist du etwas behindee? Ich bin ein bisschen behindee! Ein bisschen behindee oder was? Ja, du bist ein bisschen behindee oder was? Nein, du bist ein bisschen behindee oder was? Oh... Ich schalte... Ich gehe mal um Gas, ey! Eigentlich hier auch noch NETA-Portal hinstellen, wäre auch voll lustig. Alles mit NETA-Portalen verbinden, ohne zu laufen. Ach ja. Oh, ich habe nur noch einen Apfel. Nein, meine Essensvorräte. Nein, jetzt muss ich Schweinefleisch essen. Nein, ich wollte auch Vegetarier sein. Du. Ja, wer sonst? Du nicht. Centus, oh Centus. Der Fleisch, der Fleisch. Ist so ein Ratlau. Der Centus lag im Bett. Der Centus lag im Bett. Neben ihm, neben ihm, ein knochiges Skelett. Du Arsch. Das vergisst du auch nie, ne? Nein, Mann, das ist auch voll der geile Song. Ich glaube, ich muss mal einen richtigen Song schreiben. Mit Reimen und sowas. Ja, kannst du gar nicht. Yay, ich habe schon wieder ein Dorf gefunden. Ja! Party! Aber kein Dorf. Äh, kein Jungle, meine ich. Nein! Ich glaube, ich nehme wieder die Karotten mit hier. Dann kann ich wieder die Karotten essen. Ach ja. Ich bin ja Vegetarier. Ich muss mir mal einen Headster anschließen. Oh, ist das gleich alle? Ja. Willst du das denn gleich erst... Oder kannst du es einfach so mit aufladen, ja? Ja. Äh, äh. Aber eigentlich wollte ich gleich noch mal kurz was essen. Ich habe schon wieder Hunger. Unglaublich. Der ist nur am Essen. Der ist nur am Essen. Lass mich doch. Ja, ich lasse dich doch, kleiner Centos. Ist ja gut. Kleines Mädchen, sei ruhig. Nein. Ach. Na, 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 na. Na, na, na. Ach, guck mal, jetzt ist da oben so ein Magma Slime. Willst du mich verarschen? Ja. Ich habe es mir einfach gemacht mit dem Magma Slime. Ich habe mir das jünger zusammengecraftet. Das Vieh ist wieder in die Lava gesprungen, wo ich das auch sah. Immer schön in die Schlucht reingucken. Da oben ist er nicht. Komm her. Komm her. Spring. Nein, Lava. Spring weg. Au. Man springt voll in die Lava jetzt. Hahaha. Wo ist denn vorher schlagen? Ich bin da nicht reingekommen. Das ist natürlich schlecht. Mhm. Jipp, 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 jipp. Gescheiß, müsslich, echt. Such dir einfach Slimes in irgendwelchen, äh, Sümpfen. Das geht auf jeden Fall besser. Irgendwie finde ich die aber nicht. Ja, du musst auf Normal stellen. Hab ich doch. Das wird schon pissvoll. Man spiel doch auf Normal. Penis. Man spiel eher normal als du. Äh, vom Spielstatus, ja. Aber wer von uns beiden normaler im Kopf ist, das ist natürlich einfach klarzustellen. Ich. Das sind wir beide nicht. Keiner von uns beiden. Doch. Da sind wir gleich bekloppt. Der, ja. Möchten sie meine Aussage quittieren oder nicht? Ich hau dir gleich eine. Nicht. Du möchtest ein Form nehmen, gentlemanhaften Kampf. Du, ein gentleman? Ich besorge die zwei weiße Handschuhe und dann bekämpfen wir uns. Wie Ehrenmänner. Ich hab ein Widderskelett-Schäden. Boss. Eins. Tröster. Ja, das ist da, wo ich durchgerannt bin. Hier ein Widderskelett war und vom Gas gekillt wurde wahrscheinlich. Ich glaube, ich hab auch schon einen. Mir fehlen nur noch zwei. Fuck. Ja. Und dann fehlt dir eine komplette verzauberte Dierrüstung und ein paar Tränke. Ja. Das ist ätzend. Dann kriegst du den in 20 Sekunden geplättet und ein gutes Schwert. Wirklich verzaubert brauchst du gar nicht. Ja, ein bisschen verzaubert würde ich schon. Und eigentlich komplette Dierrüstung würde so gereichen. Du musst den nur so einbauen, dass er nicht wegkommt im ersten Moment. Äh. Mit Obsidian. Der sprengt dir das Ding weg. Ja, aber... Der schafft das ja erst zur Hälfte und dann haut er das alles nach der Zeit weg. Aber in der Zeit kannst du noch schön Schaden zufügen. Ja, komm, da brauch ich ein paar Tränke, die hab ich sowieso überall rumfliegen. Ja. Das Zeug, ja, ja. Ich glaube, du hast... Du musst mir nochmal wegen den Rezepten angucken. Aber es geht. Nein, oh, Glück habt. Ich hab mir einen extra Zettel geschrieben. Ja, ich muss nochmal nachgucken, deswegen. Mit den wichtigsten Tränken. Beziehungsweise allen. Aber Hexisch packen die Rezepte etwas rum. Ja. Merk ich, ja. Cool. Weil, man bekommt aus dem Spinnauge eigentlich einen Vergiftungstrank, aber irgendwie bei Hexist ist das, dass du einen Heilungstrank bekommst. Ja, vielleicht wurde das umgestellt. Ja. Das könnte natürlich sein, aber ich glaube eher weniger. Manchmal, ne? So, ich bin in der normalen Welt wieder. Oh. Oh, ich such immer noch in der normalen Welt im verdammten Dschungel. Oh. Ich glaube schon diagonal. So, Kopf habe ich schon abgelegt. Boah. Jetzt müsste ein Creeper kommen und den einfach weg sprengen. Fatsch. Es ist doch dark. Es ist dark. Tun einfach in eine Kiste rein. Tun nichts, was anbringt. Ich habe ihn auch in eine Kiste getan. Die Kiste ist sicherer. Findest du? Die Kiste, die ist sicherer. 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 Die Kiste, die Kiste, die Kiste. Eine, meine, Mist. Was rappelt deine Kiste? Okay. Was denn? Ja, ist gut. Für mich auch. Ja. Nein. Wasser. Ach, Affe. 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 Ich weine gleich, weil du mich immer mobst. Mob, mob, wisch, mob, mob, mob. Ich mache nichts. Nein. Du wisch, mob, nichts. Aber Slimes tauchen auch nur bei Nacht auf, ne? Ja. Aber hier ist ein Zumpf. 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 Also wir machen diese Biome schon mittlerweile Angst, die Pilzbiome da. Das ist ja voll scheiße. Hast du sie wieder gefunden? Ja, ja, ich finde die nur ständig. Boah, bist du schlecht. Dass du nur sowas findest. Wir überlegen schon die ganze Zeit die braunen Pilze mit abzubauen. Bist ein brauner Pilz? Gegen Vergiftungsdränke, gegen den Wizard. Okay. Und Instant Damage. Ja. Hm. Du gehst einen normalen Player mit drei Tränken kaputt. Ja. Ja, selbst mit Scale-Rüstung. Okay. Musste einer schon unterleiden. Marion. Das freut mich. Nicht für dich. Schon blöd, wenn man Wurftränke machen kann. Ah, schon wieder ein Pilzbiome. Geil. Ja, cool. Boah, ich wollte gerade zeigen, dass du ins Drogen holst. Ne. Boah, das dauert noch für lange, bis es dunkel wird. Ja, wir haben schon neuneinhalb Minuten. Ja, ich weiß. Nicht darunterspringen. Ha, Wüste. Ich kann auch nicht hoch in die Gegend stehen hier. Angel doch. Ach nee, brauchst du ja nicht mehr. Nee, brauch ich nicht mehr. Das stimmt. Angel dennoch, wenn du den Angel mit hast. Kannst du ein bisschen Essen angeln. Naja, hab ich nicht dabei. Dann weiß ich nicht. Bau dir am... Keine Ahnung, bau dir was. Bin ja schon in unserem Wartegott, bis es ein dunkel wird. Pilze, 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 Pilze. Boah, da ein bisschen Lehm ab früher, weiß ich nicht. Bring einfach nur gegen den Baum. Oh, ich hab keinen Platz mehr für Pilze, Pilze, Pilze. Krem im Kopf gegen die Wand. Aber gegen den Baum mehr gesagt. Naja, das würde ich auch mal machen. Ich glaube, das hilft auch. Sunshine. Sunshine Wüste. Sunshine in the Morning. Sunshine Wiggy. Meiner ist so stronger. Nee, das ist aber was anderes, ne? Ich weiß. Und wenn du jetzt an diesem Punkt falsche Melodie einsetzt, dann kommt entweder die von Fluch der Karibik oder die von Skyrim. Dragonborn. Du hast lang, Weile. Und sonst hättest du es einfügen können. Das heißt, sie haben für Dünn-Schiss. 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 Dünn-Dünn-Schiss. Ja, das bist du wirklich in den Schiss. Passt doch. Dann sollen wir mal ein bisschen Clay. Was? Was? Für auch immer. Boah, noch ein bekloppten Intro eigentlich so. Boah, 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 babybell. Boah, 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 babybell. Boah, 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 babybell. Dünn-Schiss. Und der andere. Ach Mann ey, der ist so ein Affe. Ja, dass du das bist, ist mir schon klar. Nö, ich wurde gerade angeschrieben. Warum ist hier so Erde und kein Gras? Ich wurde gerade von meinem Arbeitskollegen angeschrieben. Ey, Hans-Book auf Starbound. Zum Glück sehe ich da im Hintergrund aber noch die Uhr. Äh, zwölf Minuten. Ja, ich weiß, ich sehe die ja noch. Ich weiß. Kannst ja danach, nach, nach, du weißt schon spielen. Na, nö, glaube ich eher nicht. Ach, komm schon, Mensch, Starbound hier. Das ist doch Starbound. Ich glaube, dann gehe ich eher ins Bett. Danach? Oder gleich? Dann bin ich schon dead. Wie, du willst nicht mehr mehr aufnehmen? Okay. Habe ich verstanden. Das ist alles. Komm, lass dich zum Rennen an und dann gehe ich pennen. Ich schaffe das ja gerade so, noch wach zu bleiben. Bisschen Energie. Dann brauchen wir gleich nicht aufnehmen. Doch. Sicher? Zombie-Action geht noch? Ja, Zombie-Action geht immer noch. Weißt du noch? Ja. Auch wenn man schon halbwegs ein Pen ist, dann kannst du trotzdem noch zocken. Weißt du noch, letztes Mal? Äh, du wirst dann zum Zombie automatisch. Äh, äh. Ja. Nur weil ich eine Karotte in der Hand habe, Schweine müssten mich nicht verfolgen. Du bist auch ein Schwein, weißt du? Die verfolgen mich immer so viele. Oh, viele Schweine. Du bist genau so ein Schwein. Minimum 35 Stück. In so Gruppen aufgeteilt. Da verfolgen mich immer noch zwei. Haut auch ab. Nur noch mehr. Noch mehr Schweine. Vier. Sieben Stück auf. Hi, Skynet. Hi, Centus. Ja. Nein, da ist schon wieder eine Folge um. Und ich habe immer noch keinen Dschungel. Yay. Yay. Ich werde nie einen Dschungelbium finden. Da habe ich jetzt schon das Bedenken vor. Dass er das wirklich super ist. Einfach nur, weil ich was anderes ausgewählt habe. Aber du hast doch auch schon mal diese Biume alle gefunden, oder nicht? Ja. Ich glaube, so wie Spark, ne? Ich glaube, der hat ja auch immer noch keinen Dschungelbium gefunden. Ja, das ist zum Kotzen. Pass auf, irgendwann, wenn er keins gefunden hat. Jetzt reicht es wirklich nicht mehr. Wann soll, ne? Na. Ja, wenn du nicht suchst, du dir jetzt einen Ast ab. Das ist eine Suche, die ist nervig. Nur wegen einer Katze. Nur wegen einer Katze. Würde da stehen Hund oder Katze. Nein, das heißt ja beides. Ja. Okay, in 20 Sekunden. Haut. Creeper hat rumgemacht. Ach, sehen wir. Time to say goodbye. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Und Leute, damit würden wir sagen, bis zum nächsten Mal bei Spark Challenge. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.